So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings, meine Lieben. Ja, wir machen heute mal ein etwas anderes Orakel. Und zwar gibt es ja leider, ich erlebe es auch in meinen persönlichen Legungen und wer mich kennt, weiß, ich sage immer die knallharte Wahrheit in den persönlichen Readings, Situationen, wo einfach Hopfen und Malz verloren ist. Und dann geht es natürlich ganz stark darum, was ist jetzt mit dir? Was passiert mit dir? Ja, du musst jetzt vielleicht verdauen oder verkraften oder verstehen, okay, dieses Kapitel ist jetzt erstmal irgendwie abgeschlossen. Ja, das ist, bringt nichts darüber herum zu grübeln, bringt nichts Energie da rein zu geben. Das ist alles ziellos, führt zu nichts und jetzt geht es darum zu schauen, okay, alles klar. Ich bin jetzt in einer Situation, in der ich etwas haben möchte, das aber nicht haben kann, weil ich es nicht alleine entscheiden kann. Da gehört noch jemand dazu. Der ist jetzt erstmal weg und somit drehen sich meine Gedanken wieder um Dinge, die ich nicht alleine lösen kann. Das heißt, ich bin jetzt auf mich gestellt, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich habe jetzt zu tun, dass es mir besser geht. Und da haben wir jetzt ja wieder das Thema Loslassen. Das baue ich dann auch immer mit ein, wenn ich sehe, das wird alles irgendwie nichts. Das Thema Loslassen, dazu habe ich schon ein schönes Video gemacht auf meinem Kanal Startscheid. Also die wichtigen Punkte, wenn es darum geht, loszulassen. Aber wir wollen jetzt heute und hier auch mal reinschauen in die Karten. Wenn du dir schwer tust und gar nicht von diesem Menschen loskommst und immer wieder dein Kopf, schwupp, ist er wieder bei ihm. Und dann holst du dich wieder ab und schwupp, bist du schon wieder bei ihm. Und wieso, warum, weshalb und so weiter. Und dann wollen wir hier mal reinschauen. Warum kannst du diesen Menschen aktuell nicht loslassen? Was ist da in der Energie zu sehen? Was für Hinweise bekommen wir hier? Vielleicht auch jetzt für das Kollektiv, für alle, die irgendwie gerade sagen, das führt scheinbar wirklich zu nichts. Und ich glaube, ich muss das tatsächlich leider loslassen. Wir schauen mal, warum du dir das so schwer tust in der Kollektivenergie zum Thema Loslassen. Ja, mache ich auch persönliche Legungen. Das ist dann natürlich immer ganz speziell für jeden Fall anzusehen. Aber wir machen das natürlich jetzt auch mal in der Kollektivenergie. Da kriegen wir bestimmt ein paar gute Hinweise. Und deswegen gehe ich jetzt mal in mein Eckchen rein. Ach, im Übrigen, ich muss mich noch mal groß machen. Meine, die, die schon länger zuschauen. Meine Nachbarin ist mir gerade über den Weg gelaufen und hat zu mir gesagt, Ja, sag mal, hast du abgenommen? Du schaust so gut aus. Okay, also A, war ich vielleicht vorher dick und B, ich habe gar nicht abgenommen. Die, die schon länger zuschauen, findet ihr, dass ich abgenommen habe? Weil ich habe mich jetzt gerade extra auf die Waage gestellt und irgendwie wiege ich genauso viel wie immer. Hm, keine Ahnung. Also wer schon länger zuschaut und mein Gesicht schon nachts vor Augen hat, vor lauter Schreck, kann mir da ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich abgenommen habe. Und ob ich besser ausschaue als vor einem Jahr. Ah, das wäre ja grandios, weil Männer reifen hier im Alter, sagt man so. Okay, also ich habe jetzt mal den Wunschpartner rausgelegt und um ihn geht es. Wir haben jetzt hier einen Kollegen, der sagt einfach, also nee, möchte jetzt die Beziehung nicht mehr, die Partnerschaft. Ich habe andere Pläne, keine Gefühle, eine andere, was es da so alles gibt. Also alles Fakten, die ein weiteres Zusammenkommen nicht möglich machen. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall mal in die Karten reinschauen. Warum kannst du denn diesen Menschen nicht loslassen? Ich bin mir sicher, wir werden jetzt hier auch ein paar wertvolle Hinweise bekommen aus den Karten. Die allgemein auch gültig sind für dieses Thema, weil das ist ja ein Thema, mit dem habe ich es ja sehr, sehr oft zu tun. Deshalb weiß ich ja, wovon ich rede. Also nicht ich selber, sondern in meinen persönlichen Legungen. Und wir schauen mal rein. Ja, da sind die drei Schwerter. Bei den drei Schwertern, das ist ja eigentlich schon auch so eine Liebeskummer-Karte. Kopfkino, Liebeskummer, das kommt alles aber von oben. Man sieht ja die Schwerter, die kommen von oben, vom Kopf her, rein ins Herz, zack, zack, zack. Und wie wir alle wissen, das tut ja auch nicht gut. Wir alle haben das schon erlebt. Viele sind auch schon lange drüber weg, die lachen vielleicht jetzt drüber. Aber wenn du in dieser Situation bist und kannst einen Menschen nicht bei dir haben, den du unbedingt bei dir haben möchtest, das ist absolut kein schönes Gefühl. Das ist etwas, was man wirklich auf jeden Fall anschauen darf und da man auch etwas Selbstfürsorge betreiben darf. Von daher, ja, die drei der Schwerter, negative Gedanken, Liebeskummer, Herzschmerz. Also da geht es ja schon mal los. Gut, das ist natürlich jetzt mit einem Strich auch nichts Neues. Aber die Karte sagt schon aus, wenn ich frage, warum kannst du diesen Menschen nicht loslassen, da geht es schon auch darum, sich nicht so sehr auf diesen Herzschmerz einzulassen. Ja, wenn du jetzt dann zu Hause alleine sitzt, hörst nur Liebeslieder, weinst in dein Kissen, das er dir mal geschenkt hat, gehst nicht mehr vor die Tür, dann machst du das alles noch viel schlimmer. Ja, besser wie wenn du, es wäre besser, wenn du, ja, vielleicht auch rausgehst, dich ablenkst, mit den Freundinnen ins Kino gehst oder ins Café oder solche Dinge. Du kannst es schon im ersten Augenblick auf jeden Fall mal ganz gut steuern. Wenn du, ja, hier irgendwie versuchst, loszulassen. Na, so, und worum geht es? Ach ja, um ihn. Das heißt also, ja, es hat mit ihm zu tun. Er hat dir ja unterm Strich auch den Herzschmerz gemacht. Oftmals kann man einem Partner vielleicht auch langfristig, kann ich so den Vorwurf machen, wenn er sich offen und ehrlich äußert und erklärt, dass das für ihn nichts mehr ist. Besser wie wenn man sich einfach zurückzieht, weil das habe ich auch jeden Tag in meinen Readings. Da ist der Mann einfach weg. Ja, da ist er weg. Kein WhatsApp, kein Anruf, kein Gespräch, er ist einfach weg. Na, also auch ganz komisch. Aber ja, der Herzschmerz, da geht es natürlich erstmal auch um ihn. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch für eine Karte kriegen. Ein Park. Na ja, man sieht es jetzt schon. Warum kannst du diesen Mann nicht loslassen an der ersten Reihe? Da ist der Herzschmerz groß, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie diese Partnerschaft war. Der Park, natürlich auch eine, ja, das ist die Karte fürs Draußen. Das heißt auch in der Liebe eine Karte für eine offizielle Partnerschaft, ja, mit ihm. Also das, da liegt es ja schon mal. Da muss man schon mal eben aufpassen und gucken. Steigere dich nicht so sehr hinein. Wie gesagt, nimm das Beispiel Liebesschnulzen, Liebeslieder, ins Kissen weinen, das du von ihm hast. Tee aus der Tasse trinken, die er dir geschenkt hat. Da kannst du dich noch viel, viel mehr reinsteigern in diesen Herzschmerz. Du kannst es aber auch anders machen. Du kannst dich aber auch wirklich mit Gewalt ablenken. Ja, oder wenn du dir einen Toyboy suchst, eine Affäre oder irgend sowas. Oder geh raus, geh ins Café, geh ins Kino, mach was mit deinen Freundinnen. Lenk dich ab, bring deinen Egon auf andere Gedanken. Dann hätten wir das hier schon mal eigentlich vom Tisch, wo ich sehe, okay, da ist schon mal sehr, sehr viel Herzschmerz, den du auch bewusst vielleicht zulässt. Na, also da geht es ja schon mal los. Okay, nochmal von vorne. Ja, wir schauen mal weiter. Okay, das sind die drei der Kelche. Die drei Kelche, Freude, Ausgelassensein, Glückwachstum. Also das ist vielleicht auch all das, was du ja jetzt irgendwie auch vermisst. Na, weil das ja Dinge sind, die in einer Partnerschaft schön sind. Na, man will ausgelassen sein, man will seine Freude haben, man will sehen, wie die Partnerschaft wächst, wie man zusammenwächst als ein Team. Ja, und auf einmal verabschiedet sich einer, um das natürlich dann auch nicht gut. Also diese Gedanken auch daran zu sagen, Mensch, eigentlich war es doch sehr, sehr schön. Und das Gefühl war doch da und alles hat gepasst. Was ist denn hier nur geschehen? Und schon wieder denkst du dich rein in diese ganze, ja genau, da ist der Mond gefallen. Denkst du dich in diese Sache rein. Also der Mond, Ängste, Wünsche, Emotionen, Verlangen, Gedanken, Psyche. Ja, also dein Egon ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es hier für dich jetzt in Richtung Loch geht, da wo du reinfällst. Man sagt ja in der Psychologie, emotionaler Schmerz hält, glaube ich, 15, 20 Minuten. Ja, ihr habt richtig gehört. 15 bis 20 Minuten hält emotionaler Schmerz an. Alles, was danach kommt, ist Denken. Und das ist natürlich auch krass, wenn man das mal so sieht. Also deine Gedanken machen ganz, ganz viel aus. Deine Gedanken machen hier eh, was sie wollen im Liebeskummer. Grübeln, 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 denk, denk, denk. Aber man kann natürlich da auch irgendwo gegensteuern und sagen, alles klar, jetzt, mein lieber Egon, jetzt ist mal Schluss damit. Na, jetzt lenke ich mich mal ab. Na, und dann haben wir hier auch noch, ja, die Vögel. Gut, das ist die Unruhe, die Nervosität, die Aufregung, diese innerliche Unruhe ständig. Na, hätte ich vielleicht dies machen sollen, hätte ich vielleicht das machen sollen. Na, hätte ich vielleicht hier, hätte ich vielleicht da. Denk, denk, denk. Unruhe, Aufregung, innere, diese innere Flatterhaftigkeit. Man kommt nicht zur Ruhe, man grübelt und denkt die ganze Zeit. Also man sieht schon, warum du nicht loslassen kannst. Das heißt, hauptsächlich bis jetzt, alles im Kopf, hier Herzschmerz vom Kopf aus, Gedanken über die Partnerschaft, die mal war, das Glück, die Ausgelassenheit, das Wachstum, die Gedanken daran, die dir die Unruhe verschaffen. Also Egon, unser lieber Egon, hat schon ganz, ganz schön viel damit zu tun, wie stark der Schmerz ist, ja, und wie stark du sein kannst, wenn es ums Loslassen geht. Na, weil es ist natürlich echt keine schöne Situation. Wir schauen mal weiter, was wir da noch so kriegen. Ich frage mich jedes Mal, wieso haben sie denn die Tarotkarten nicht noch größer gemacht, ne, dass man dann auch noch so mischen kann. Aber wenn ich die kleinen Tarotkarten nehme, die sind dann irgendwie auch wieder zu klein. Man kann es mir halt nicht recht machen. Ja, okay, die Zehenschwerter, das ist ja auch so eine Kopfkino-Karte. Eigentlich ist das die höchste Kopfkino-Karte, die man so haben kann. Ja, das ist eigentlich schon, man muss etwas sagen, kurz vorm Burnout, das ist so eine geistige Überlastung und da kannst du auch reinkommen. Ja, wenn du nicht gegensteuerst, wenn du nichts tust, wenn du deinen Wunschpartner jetzt erstmal sein lassen musst, weil einfach nichts geht, dann das zu begreifen und deinem Egon klarzumachen, dass er da nicht drüber nachdenken darf, ist eine ganz, ganz wichtige Sache an der Stelle. Lässt du den Egon von der Leine, ja, geht es richtig und rapide bergab und dann fällst du auch in ein Loch, in dem du vielleicht auch gerade bist. Na, also hier, klein Egon muss auch verstehen, was jetzt gerade passiert ist. Klein Egon muss verstehen, dass er sich jetzt nicht mehr Gedanken darüber machen braucht, weil einfach nichts geht. Na, das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Gut, man könnte sagen, die Mäuse, die knabbern das jetzt so ein bisschen weg, dass du vielleicht auch schon versuchst, dich abzulenken, dass du versuchst, andere Dinge zu machen, dass du versuchst, auch anderen Männern mal die Chance zu geben, dass sie dich näher kennenlernen dürfen, weil die Mäuse stehen ja auch für, ja, für Schwund, Verlust, Zerfall, Kummersorge, etwas nagt an dir. Also, wenn ich jetzt in diese Energie reinhöre, na, loslassen, sehe ich schon die ganze Misere eigentlich hier liegen. Aber wir schauen mal weiter, was wir da haben. So, da haben wir jetzt eine Waage bekommen. Okay, es geht natürlich auch bei der Waage, in der Balance zu sein. Und zwar auch nicht in der Balance mit jemandem anderen, sondern mit sich selber in der Balance. Und da gehört es natürlich dazu. Egon darf schon denken, ja, aber du musst ihm auch erzählen oder beibringen, dass er jetzt da nicht mehr so großartig viel drüber nachdenken braucht, weil das führt zu nichts. Das führt nur noch zu mehr Herzschmerz, zu mehr Kummer, zu mehr Verlangen, zu mehr Bedürftigkeit. Vielleicht nach drei Gläsern Wein zu einer völlig blöden WhatsApp, die man dann rausschickt, wo man am nächsten Früh wieder denkt, oh, er hätte ich mal das nicht verschickt. Na, also da muss man wirklich sagen, die Chance auf eine Ausgeglichenheit, die hast du ja. Na, also es ist nicht einfach. Die Zeit heilt alle Wunden. Aber bis sie die Wunden heilt, kann man sich auch selber irgendwie immer gerne mal wieder abholen und sagen, ich möchte nicht in der geistigen Überlastung landen. Ja, ich möchte, dass das weniger wird. Und ich muss auch mal schauen, dass ich für mich in der Ausgewogenheit bin, in meiner Mitte bin und sage, okay, da ist jetzt etwas, das kann ich nicht ändern. Mein Leben geht weiter. Das Leben hat ja noch ganz, ganz viele schöne Überraschungen für mich und für dich auch bereit. Ich freue mich drauf, weil da kommt bestimmt was Tolles Neues auf mich zu. Also nach vorne schauen, nach vorne schauen, nicht zurückschauen, immer schauen, okay, was kommt jetzt, was mache ich jetzt, mein Weg geht weiter, na, und das Leben hat noch viele schöne Überraschungen für mich bereit. Ja, und da haben wir noch einen Teufel. Auch nicht schlecht. Der Teufel ist jetzt gar nicht so eine verkehrte Karte eigentlich, weil da geht es natürlich auch um Süchte, um Abhängigkeiten, na, dass du auch die Fesseln lösen kannst, die dir dein Egon jetzt angelegt hat, indem er dich ständig immer wieder und immer wieder in die Bedürftigkeit reinschickt. Damit muss Schluss sein, weil man sieht es gerade auf dem Tarudeck von diesem Herrn Weid, glaube ich, ist das sehr gut. Die Ketten, die diese beiden Menschen umhaben, na, die sind total lose. Die könnten eigentlich jederzeit die Fesseln abnehmen und können sagen, auf Wiedersehen, ich bin da mal weg. Na, also diese Abhängigkeit kannst du auch selbst beenden, indem du sagst, okay, jetzt ist Schluss, ich gehe meinen Weg, aber wenn ich in dieses Orakel reinfrage, warum kannst du die nicht loslassen, kann ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dir ist ganz viel Mentales nötig bei dir, ja, dass du wieder auf die Beine kommst und nicht dem Egon da oben im Kopf freien Lauf lässt. Na, der Schlüssel dazu, klar, kann jetzt auch der Schlüssel für diese Ketten sein, na, wo du sagst, okay, bin dann weg, na, ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwie fertig zu machen, ich habe keinen Bock mehr, traurig zu sein, ich habe keinen Bock mehr, irgendjemandem nachzulaufen, der mich nicht will, das habe ich überhaupt nicht nötig, ich bin ein richtig toller, wahnsinnig guter Mensch, ich bin lieb, ich bin nett, ich bin freundlich, ich habe mehr verdient als das und deswegen nehme ich das jetzt und schiebe es einfach mal ganz weit weg, am besten hinter mich und jetzt gehe ich mal meinen Weg weiter, weil ich habe keinen Bock, mich im Leben kaputt und fertig zu machen, nur weil mich da einer hat sitzen lassen, na, der hat mich auch gar nicht verdient, Oh, da haben wir noch einen Sarg, ja, der Sarg ist ja auch gerne mal die Karte für eine Transformation, na, also ein Zustand geht zu Ende und ein neuer Zustand darf beginnen und es ist eine Befreiung, eine Erlösung, wenn es noch das Gericht gefallen wäre, wäre ja schön gewesen, aber von daher die Transformation hier am Ende, der Sarg, wo ich sage, dieser Zustand, der muss zu Ende gehen und er kann auch zu Ende gehen, wenn du die richtigen Werkzeuge für dich an der Hand hast. Wenn ich dran denke, beim Hochladen, blende ich euch da nochmal oben das Video ein von meinem anderen Kanal mit dem Loslassen, auch sehr, sehr hilfreich, aber wenn ich jetzt hier rein frage, hey, wieso tue ich mir denn so schwer, diesen Menschen loszulassen, dann ist das wahrscheinlich hier nur dieser kleine Vogel da oben, der Egon, der immer wieder sagt, du musst jetzt über ihn nachdenken, du musst jetzt nachdenken, was du tun kannst, du kannst jetzt nicht aufhören, darüber nachzudenken und genau das gilt es jetzt zu stoppen, dieser Herzschmerz muss aufhören, dieser Reminder, diese Erinnerung, diese ständige an das, was mal war, ist vorbei, ist schon rum und hier schauen, dass du mir nicht so viel Kopfkino hast und diese Abhängigkeit hier, diese mentale, geistige, gefühlsmäßige Abhängigkeit, darfst du auch beenden, weil die Fische sind jetzt hier noch aufgetaucht und das ist ja so eine Karte, da geht es darum, alles ist im Fluss, es läuft, es wird weitergehen, das Leben geht weiter, es wird irgendwann in deinem Leben ein Mensch, ein Mann oder wenn du als Mann so siehst, eine Frau kommen, wo du irgendwann mal sagen wirst, Gott sei Dank ist es damals mit der nichts geworden, weil sonst hätte ich diesen wundervollen Menschen nie gefunden. Also meine Lieben, bleibt gesund, seid lieb zueinander, nehmt das Leben nicht zu ernst und wir sehen uns dann beim nächsten Video.